Wer hätte sich gedacht, dass der kommerzielle Erfolg des Hauses Airbus auf den Schultern eines amerikanischen Astronauten ruht? Und erzählt hat uns das Barbara Kracht, die Tochter des Airbus-Mitbegründers Felix Kracht und selbst fast 40 Jahre lang im Unternehmen. Und die längste Zeit dabei als Pressechefin. Und wenn Sie jetzt glauben, eine Karriere wie im Bilderbuch? Mitnichten. Ich wollte nichts mit Luftfahrt zu tun haben, ich wollte nichts mit Journalisten zu tun haben. Und voilà, du bist alles beides dein Leben lang gewesen. Eine der wunderbaren Geschichten von Barbara Kracht im, ich würde fast sagen, Kamingespräch mit Andreas Späth. In diesem Sinne, lassen sich diese Geschichten nicht ergehen, ich wünsche Ihnen schon jetzt eine gute Unterhaltung. Engine 1, out. Engine 2, out. Engine 2, out. Untertitelung. BR 2018